So, seit 2015 mache ich mittlerweile schon E-Commerce und im Jahr 2016 bin ich mit Dropshipping angefangen und im gleichen Jahr 2016 haben wir auch über 1,2 Millionen Euro Umsatz gemacht mit unserem zweiten Online-Shop. Also es hat auch nicht direkt beim ersten Mal geklappt, aber da mit unserem zweiten Online-Shop haben wir auch über 1,6 Millionen Euro Umsatz gemacht. Und ja, mittlerweile habe ich natürlich auch in den Jahren viel erlebt, viele Tiefen gehabt, viele Hürden gehabt, viele Blockaden gehabt. Ja, im gesamten Dropshipping-Universum, wirklich von Jahren, wo wir minus 400.000 Euro gemacht hatten, weil wir ein paar Fehler gemacht haben, das war zum Beispiel im Jahr 2018, bis zu Jahren, wo wir wirklich überragenden Umsatz gemacht haben und vor allem auch überragende Gewinne gemacht haben, viele Krisen mitgemacht, ja, Corona-Krise, Krieg Ukraine, whatever, ja, und eine Sache, die mir auffällt und das merke ich natürlich auch, weil ich natürlich auch viel in der Praxis unterwegs bin, das heißt, ich launche selbst regelmäßig auch noch Online-Shops, klar, auf der einen Seite stand sich dann auch mal den einen oder anderen mal wieder ein, ja, weil der vielleicht nicht so doll lief, natürlich auch da, ne, nicht alles, was glitzert, ist auch gold, also auch wenn ich mal einen neuen Shop starte, heißt es auch nicht gleich, dass er zack durch die Decke geht, auch ich mache Fehler. Und, ja, das, was mir halt auffällt, ist, dass Dropshipping sich ändert. Und ich möchte auch kein Blatt vor den Mund nehmen und dir gleich von Anfang an sagen, ohne unsere Hilfe wirst du im Dropshipping nicht erfolgreich werden. Es ist, wie es ist, also kannst du mir glauben oder nicht, aber das ist halt einfach so. Warum ist das so? Weil vielleicht mal ein paar Dinge, die nicht mehr so gut funktionieren. Und da habe ich mir mal ein paar Sachen hier auch notiert, zum Beispiel ist es, dass ein 0815-Team, ja, wie man das damals gemacht hat, so in der Praxis nicht mehr funktioniert. Das heißt, wenn du jetzt irgendwie so ein, ja, ich sage mal so ein 0815-Online-Shop-Team, ja, was ganz Standard, was ganz klassisch aussieht, verwendest, dann, klar, du wirst damit Verkäufe erzielen und auch ein bisschen was machen, ein bisschen Umsatz, ein bisschen hier, ein bisschen da, aber wirklich langfristig, ja, ist das nicht wirklich etwas, was wirklich funktioniert und wo du wirklich, ne, langfristig dir was rausziehen kannst. Es ist halt einfach Käse so, ne, deswegen sind diese 0815-Teams, ja, für den Anfang reichen die, aber mittel- bis langfristig sollte man sich dann doch schon mal ein bisschen umorientieren. Und dann, was auch nicht mehr so gut funktioniert, oder man kann auch sagen, eigentlich gar nicht mehr funktioniert, ist, dass man irgendwelche willkürlichen Produkte einfach nimmt und die dann ohne Sinn und Verstand einfach bewerbt. Im Jahr 2016, 2017, 2018, meinetwegen auch noch im Jahr 2019, da bist du auf AliExpress gegangen, hast irgendwelche Produkte rausgesucht, hast die in einen Online-Shop gepackt, hast da einfach willkürlich Werbung draufgeschaltet, ja, das war damals, Werbungsschein war ein Freifahrtschein, und Attacke, ja, und es hat funktioniert. Und das ist natürlich mittlerweile nicht mehr so. Mittlerweile muss man sich natürlich schon ein bisschen mehr Gedanken machen, okay, wer ist die Zielgruppe von dem Produkt, wobei Zielgruppe, will ich jetzt mal außen vor lassen, ist gar nicht mal mehr so mega, mega, mega relevant, weil durch die ganzen Algorithmen, durch die ganze künstliche Intelligenz, die natürlich auch Meta und Google, ja, die diese ganzen Algorithmen haben, ist die Zielgruppe nicht mehr ganz so wichtig, aber das Marketing spielt vor allem eine wichtige Rolle. Wie kann ich das Produkt richtig in Szene setzen, wie nehme ich die Produktauswahl vor, passt das gerade in die Saison rein, passt das gerade in die Zeit rein, ja, und das sind immer wichtige Sachen. Dann gleich ist auch mit Qualität der Bilder, also wie sehen die Bilder aus, mit denen du arbeitest, ja, sind das Bilder, die, ich sag mal, die klassischen AliExpress-Bilder sind, also Bilder von einem Supplier oder hast du die ein bisschen getunt, ein bisschen optimiert oder sogar Selbstbilder gemacht, ja, denn so diese klassischen Standardbilder und auch alle damit zusammenhängenden Assets, die funktionieren so nicht mehr in der Praxis. Man muss sich ein bisschen umorientieren, man muss ein bisschen was anders machen. Gleich ist auch mit Marketing-Videos. Vor drei, vier Jahren hat man einfach vom Lieferanten, der hatte vielleicht auf der Produktseite, der hatte vielleicht irgendwie so ein Video oder so noch gerade rumliegen, ja, da hat man das genommen und abfährt und dann hat man da Werbung drauf geschaltet und es hat funktioniert. Und ja, auch das ist natürlich mittlerweile nicht mehr so der Fall. Mittlerweile macht man es anders. Was musst du grundsätzlich ändern, wenn du wirklich mit Dropshipping erfolgreich werden willst? Und ich nenne das jetzt einfach mal Dropshipping 2.0. So, wir hatten jetzt eine lange Zeit, diese heiße Dropshipping-Phase, ich sag mal 2016 bis vielleicht 2022, 2023 noch, hatten wir so diese heiße und wilde Dropshipping-Laufbahn, wo jeder draufsteigen konnte auf den Markt, wo jeder seine Gewinne mitnehmen konnte und wo jeder auch gutes Geld verdient hat, die es von Anfang an richtig gemacht haben oder auch in den Jahren zusammen mit uns gestartet sind. Und natürlich, Dropshipping funktioniert immer noch, weil Dropshipping, machen wir uns klar, hey, das ist nur eine fucking Versandart so, ja, also das ist einfach nur eine Versandart, mit der wir arbeiten. Mehr ist es am Ende des Tages nicht. Und was man aber machen muss mittlerweile ist einfach, dass man dem ganzen Baby, sag ich mal, einen anderen Namen gibt bzw. nicht einen anderen Namen gibt, sondern, wie soll ich das ausdrücken? Ich würde sagen, vielmehr, dass wir das komplett neu verkleiden müssen. Das heißt, dass wir, ja, ich meine, am Ende des Tages können wir aus Scheiße natürlich Gold machen und das funktioniert natürlich mit Dropshipping. Allerdings muss man ein paar Dinge beachten und deswegen nenne ich es auch einfach mal selbst Dropshipping 2.0, weil was wir mittlerweile machen und das, was viele unserer Kunden machen und das ist auch der Grund, warum unsere Kunden erfolgreich sind und wenn du zum Beispiel zu Coach XYZ gehst, der seit drei Monaten im Markt ist und selbst nicht mehr aktiv im Dropshipping-Bereich ist, ja, da findest du sowas nicht. Du musst dich mittlerweile wirklich schon, auch wenn du One-Man-Show bist und du verkaufst klassische Dropshipping-Produkte, du musst dich wirklich als einen Experten darstellen. Du musst dich wirklich als Experten in dieser Nische darstellen, als wärst du der Typ. Der Typ in deiner Nische, der Typ in der Szene, der von diesen Produkten eine richtige Ahnung hat. Was meine ich damit? Zum Beispiel wir, wir haben ja mit unserem Online-Shop elbschein.de, den wir vor kurzem gelauncht haben, da haben wir ja die Möglichkeit, dass wir sagen können, okay, pass auf, das ist unser Online-Shop und hier sind wir eine richtige Brand, ja, das heißt, wir kommen aus Hamburg. Wir haben eine Webseite, also unser Online-Shop, der sieht richtig nach Qualität aus. Wir haben geile Bilder, wir haben viel selber gemacht, wir haben viel Zeit investiert, wir haben geile Videos, wir machen geiles Marketing und so weiter und so fort und nicht so dieses klassische Dropshipping-Marketing, sondern wir geben dem Baby einfach nur einen anderen, wir setzen das ein bisschen anders in den Zähnen, um das mal so zu sagen und das ist genau das, was wir machen. Und wenn ich jetzt beispielsweise das über Dropshipping, also über dieses alte Dropshipping, ja, machen würde, dann würde ich das ganz anders machen und also ganz anders in Szene setzen und mir gar nicht so viel die Mühe geben. Und genau das ist der Punkt nämlich, dass wir die Gestaltung anders vornehmen müssen. Das heißt, wir haben den klassischen Dropshipping-Store, tun aber so, als wären wir eine etwas größere Marke, um das mal so zu sagen. Das heißt, nach außen müssen wir so wirken, als wären wir wirklich eine große Brand, dass wir uns so etablieren. Und was bedeutet das? Dass wir zum Beispiel die Produktbilder überarbeiten, dass wir nicht die klassischen China-Produktbilder nehmen, die klassischen AliExpress-Produktbilder. Ich sage nicht, dass du nicht mit AliExpress arbeiten sollst, auf jeden Fall. Aber die Produktbilder, die müssen einfach anders sein. Was meine ich damit? Das heißt, die müssen selbstgemacht sein. So machen wir es mittlerweile. Tatsächlich einfach mit dem Handy. Also wir fotografieren das so ab und dann machen wir das in Canva, Hintergrundentferner, ein bisschen Helligkeit, ein bisschen Sentinität und so. Einfach ein bisschen optimieren die Fotos. Oder die bestehenden Produktbilder einfach optimieren. Was meine ich damit? Also du kannst auch bestehende Produktbilder einfach optimieren, indem du ein bisschen mit der Helligkeit rumspielst, indem du das Produkt einfach mal mit Canva, mit der AI da einfach mal ein bisschen ausschneidest und vielleicht einen anderen Hintergrund oder so. Das reicht oft schon aus und du hast ein anderes Produktbild als wie das Standard AliExpress-Bilder. Das wäre zum Beispiel eine Sache, weil du es dadurch schaffst, eben unabhängig zu werden. Was meine ich damit? Weil angenommen, du schaltest irgendwann mal Google Shopping-Werbung und dann gibst du da irgendwie dein Produkt ein und dann kommen irgendwie zehnmal das gleiche Produkt, weil jeder das gleiche Produktfoto hat, weil jeder dieses AliExpress-Foto nimmt, dann nimmt man natürlich den günstigen. So, wenn ich jetzt allerdings einen habe, dann sieht das Produktbild anders aus und das Produkt ist vielleicht auch anders in Szene gesetzt, dann kannst du auch einen ganz anderen Preis automatisch verlangen. Dann Theme-Aufbau. Gleich ist auch da. Schau dir gerne mal unseren Online-Shop an, elbschein.de. Ich verlinke den jetzt nicht, es ist mir zu viel Arbeit beim Videoschnitt. Deswegen, geh mal bei elbschein.de ein, schau dir den Online-Shop an und du wirst sehen, was das für ein Unterschied ist, den wir machen. Und das, wie der Shop aufgebaut wird, das zeigen wir nämlich genau in unserem Training. Das heißt, wenn du genau wissen willst, wie haben wir was gemacht, dann musst du in unser Training kommen. Da zeigen wir genau, für welches Produkt nimmt man welches Team, wie baue ich das Team genau auf und so weiter und so fort. Also alles, was so damit zu tun hat. Dann auch Thema Marketing-Videos. Gerade bei Produkten, die vielleicht Problemlöser sind, oder im Hunde-Bereich, im Haustier-Bereich, oder im Küchen-Bereich, im Fitness-Bereich, egal wo, da müssen die Videos einfach reinschlagen wie eine Granate. Es ist nicht mehr so, dass ich irgendwie, ich sage mal so, vor ein paar Jahren, hat man auch Videos genommen mit englischen Untertiteln, die man irgendwie auf YouTube gefunden hat, wo man einfach in Amerika oder so ein bisschen gestöbert hat und geguckt hat, okay, was laden die vielleicht auf YouTube hoch, was kann ich vielleicht selbst benutzen. Das hat man dann damals verwendet, ein bisschen überarbeitet und fertig. Macht man nicht mehr. Mittlerweile ist es so, wirklich UGC-Content, also User-Generated-Content, der dann von deinen Usern generiert wird, oder der auch von dir selbst generiert werden kann. Also man kann sich selbst ja auch so als Influencer ausgeben, sage ich mal, indem man selbst von die Kamera geht. Ja, man hält sein Handy. Hey Leute, hier, das ist meine neue geile Halskette. Was haltet ihr von der? Klickt hier drauf und ihr könnt euch das Ding gönnen. So nach dem Motto. Das ist Werbung, die funktioniert. Und das haben mittlerweile auch große Brands wie L'Oreal Paris und so weiter und so fort verstanden, weil wenn du mal Werbung schaust im Fernsehen, dann wirst du hin und wieder auch mal so eine Werbung sehen. Nicht immer, natürlich auch noch immer diese gängige Marketing-Werbung, um eben eine gewisse Brand-Awareness weiterhin zu steigern und um eben auch immer aktiv zu bleiben. Aber du wirst auch rein Conversion-technisch immer wieder Werbungen sehen, wo die Kamera hier steht, wo Leute reinquatschen. Und das ist dann so Werbung, die man eben mittlerweile so macht. Da gibt es ja mittlerweile etliche Agenturen für die, die natürlich sowas auch für dich machen. Oder wenn du in der Lage bist, das selbst zu machen, würde ich es dir auch empfehlen, einfach selbst zu machen. Gerade am Anfang. Das ist relativ einfach und relativ schnell gemacht. Also wir zum Beispiel auch, wir machen unseren Content auch größtenteils selber. Gerade jetzt im Schmuckbereich machen wir den viel selber, weil dafür brauchen wir keine Person. Da machen wir ein bisschen Deko, machen wir ein bisschen mit der Kamera so und fertig ist das Produktvideo. Aber ansonsten ist es schon wichtig, dass man möglichst Personen in die Kamera zeigt. Oder wenn du Mode verkaufst. Mode auch irgendwie so ein Ding. Wenn du Mode verkaufst, hast du den großen Vorteil bei Mode. Man muss nicht immer bei Mode so diesen weißen Hintergrund nehmen und dann einen Artikel drauf klatschen. Man kann das auch ganz anders machen, indem man zum Beispiel einfach hergeht und sich selbst vorm Spiegel fotografiert. Ich habe zum Beispiel eine Kundin, die liebe Melanie, und die macht mit dem Online-Shop, ich weiß noch, als sie zu mir gekommen ist, hat sie irgendwie, weiß nicht, 5.000, 6.000 Euro Monatsumsatz oder was gemacht mit dem Online-Shop. Mittlerweile macht die über 400.000 Euro Umsatz. im Online-Shop hat keine Ahnung, wie viele Mitarbeiterinnen mittlerweile. Das ist schon echt Wahnsinn. Und da habe ich auch damals gesagt, hey, mach mal die Produktbilder ein bisschen anders. Stell dich einfach vorm Spiegel. Das, was du anhast, fotografiere das ab und nutze es als Produktbild. Und das funktioniert wie doof, gerade bei dieser jungen Zielgruppe, weil man sich dann auch viel besser identifizieren kann. Dann sieht man das, okay, wie sieht das denn bei jemandem aus, der es anhabt, als wenn man einfach nur einen weißen, langweiligen Hintergrund hat und irgendwie ein Model, so wie jeder aussehen will, wie allerdings kein Arsch da draußen aussieht. Also 0,2% sieht so aus, wie in diesen Model-Bildern. Und set the point. Deswegen Lage des Kunden versetzen oder der Kundin versetzen und Foto machen, Formsspiegel im Mode-Bereich. Das ist das, was richtig, richtig gut funktioniert. So, dann auch die Strategie generell zum Bewerben, die hat sich auch total verändert. Also ich habe ja schon gesagt, damals vielleicht hat man sehr detailliert auch targetiert, auch Meta oder Facebook eben als Facebook, hat man sehr detailliert targetiert, geguckt, okay, was könnte passen, verschiedene Strategien ausgibt, und auch sowas ist mittlerweile nicht mehr so das ganz, was in ist, sondern vielmehr, man lässt es viel offen, also gerade so beim Targeting, man lässt es mega offen, weil eben die ganze künstliche Intelligenz von Algorithmus, also Meta hat ja selbst auch eine künstliche Intelligenz, die eben in den Werbeanzeigen, in den Kampagnen oder im Algorithmus integriert ist, die sehen wir nicht, die können wir nicht fühlen, aber sie existiert, die dann selbst herausfindet, wer ist der passende Kunde für genau dein Produkt. Genau, das ist der Punkt. Ja, und wie du siehst, an all diesen Punkten, Dropshipping ist natürlich nach wie vor möglich, es ändern sich ein paar Punkte, das heißt, hier trennt sich jetzt die Spreu vom Weizen, sage ich mal, und wenn du wirklich erfolgreich im Dropshipping werden willst, dann wirst du das auf jeden Fall, allerdings tatsächlich, und das soll nicht egoistisch klingen, nur mit unserer Hilfe. Deswegen, wenn du Bock drauf hast und Fettbeute machen willst und Kohle verdienen willst mit deinem eigenen Online-Shop, dann sichere dir dein komplett kostenloses Erstgespräch auf www.kevinhelfenstein.de oder klick einfach hier im Link auf die Beschreibung, auf den Link in der Beschreibung, so rum muss es heißen, und dann machen wir mal einen Call und gucken mal, wo wir dir helfen können und ob das Business-Modell exakt das ist, worauf du Lust und Laune hast. Deswegen klick drauf, buch einen Termin, ich freue mich auf dich und wir sehen uns.